so geht es auch nicht von ideal matchmaking ja also selbst wenn man jetzt mal von den great absieht wenn ich einen noch einen schönen tag ich wünsche dir auch schön eine gelbe toolbox also eine gelbe guck mal erstmal außen rum ob wir auch von toten haben und dann werde ich mich nach innen verarbeiten aber scheint nicht so zu sein das heißt drin müsste eins sein was habe ich letztes mal auch gesagt war dann keins aber diesmal ist sehr schön sehr sehr schön nein sehr schön very good indeed very good so die frage ist jetzt kürzt sie gleich hoch weil sie das hier hört oder verfolgt sie weiterhin schön den jake der koffer letzteres dann bin ich erst mal fein raus okay das ist schon mal folgehalt also bisher läuft doch alles was macht ein perp oben in der mitte das ist inner strength wenn ich eine totung gemacht habe und dann verletzt werde kann ich mich in den schrank stellen werden nach 8 sekunden vollgehaltig zumindest wenn es auf rang 3 ist wenn es auf rang 1 ist dann nach 10 sekunden ja und dann erlischt das wieder bis ich wieder ein toter mache und dann kann ich das selbe spiel wieder machen das fünfmal maximal weil es halt nur fünf totungs gibt wenn ich halt krasse mails habe die alle zurück weg machen bin ich am arsch dann bringt mir das perp gar nichts deswegen suche ich mal schon direkt am anfang tot aber ich zumindest mal eine aufladung habe das ist ja das ist der ganze zauber jetzt ist es könnte hier oben auch noch mal reingucken also es ist gleich zwei gen an und jetzt noch kein grupp ok first hook nach zwei sind und es ist direkt der die k die kate hier doing hat die nötigste oder bastel verletzt klingt das hand habe ich auch nie gehört ist von nancy das chapter also von stranger things chapter was demnächst herausgenommen wird aber die perks bleiben drinne keine sorge die kannst du dann höchstwahrscheinlich immer noch besorgen krasser killer mega krasser killer ultra krasser killer holy also jetzt kriege ich ja gleich schon so ein bisschen angstflatulenz hier ja das heißt ich pupse vor angst aber nein sie lässt gott sagen von mir ab und ist gut wird es ist very very good aha ich sehe schon da ist kein platz mehr für mich oder ich sehe da kütter killer au 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 nicht so aggressiv die dame auch schon weg ja suite ja da war ich wohl fixer ist und tschüss ich bin halt jemand der will so wichtige paletten wie schick und die war schon weg ja oder die pferde die man da gesehen haben die möchte er lange behalten deswegen ziehe ich lieber nicht zu schnell ja und wenn ich auch die am wunderschönen guten da ich pala singen hören was heute geburtstag du kommst nur rein damit mich singen hören willst wenn du zusammen mit mir singen hörst ich gehe in die kackbox ja dann herzlichen glückwunsch dafür zum geburtstag ich werde das gleich machen aber nach der runde erst ja weil sonst kann ich da nicht genug passion mit reinpacken ich habe nicht so viel zeit im moment ist alles in ordnung ja ich weiß ja was los ist i know i know everything no problemo was iron maiden also ja iron maiden ist so bisschen kacke für leute die inner strength dabei hat alter du willst mich doch echt verarschen oder aber this time i will stay here oder ist es noch ein totem ich glaube da kann die durchwerfen oh boy es war jetzt ein bisschen doof von mir es war jetzt ein bisschen doof von mir oder einfach nur schlecht schlechte reflexe vom killer ich habe dem killer bessere reflexe eigentlich zugesagt zugestanden aber nicht nicht der Fall dahinten fasst sich jemand selbst an ok ne der macht jemanden jen glaube ich ich glaube es ist ein jen ich glaube so ich glaube so ich glaube so jemand ist sich oder sich zu touchieren ja da ist noch keiner hier unterwegs da ist noch keiner unterwegs da ist noch keiner unterwegs ja da braucht der Killer nicht nochmal zu gucken ooooooooh wird knapp freund ok vielleicht nicht ganz so knapp nein 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 ja 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 ähm what can I tell you ja die Sarina ist scheinbar nicht sneaky genug aber wenn der Killer jetzt keinen gesehen hätte hätte sie mich vielleicht aufgehoben oder es wäre zumindest die Möglichkeit gewesen zum abhängen aber sie wird zuerst jetzt sie aufhängen denn die ist nicht doof die weiß okay die andere wird gerade abgehangen das geht jetzt gerade nicht weil sonst würde sie mir gleich einen D-Strike drücken ja die ist schon clever das ist so eine Bauernschleuer das war jetzt das war jetzt das war jetzt mehr Glück als Verstand muss ich jetzt mal so sagen aber gut hat zumindest funktioniert es funktioniert es funktioniert es funktioniert es funktioniert es funktioniert so ich muss mich jetzt kurz einmal einmal kurz anfassen Freunde I have to otherwise we are all doomed doomed das war Zufall yeah Rainer Zufall so ich geh mal kurz einmal außen rum damit ich abhängen kann und da habe ich glaube ich auch noch nicht ganz so viel gemacht aber die wird ab und zu wahrscheinlich nach hinten gucken I am pretty damn sure about that oder kommst du erstmal hier dann lauf einfach erstmal da lang ist auch in Ordnung ich muss noch kurz ein Totem machen denn habe ich nur noch ein Totem gesehen ja das könnte durchaus wichtig sein wenn ich mich dann nochmal heilen wollen würde yeah sehr schön du bist gut 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 sehr gut Oh, guck mal, wer der Folge heute ist. Oh, okay, okay, we don't need a gen. Oh, look at this, there's a hatch, guys, there's a hatch. I'm going to take the hatch, guys. It's me, the hatchtaker. The hatchtaker. Oh, oh, is eh dead-hook. Kommt zum Ausgang bei der hatch. Einen wunderschönen Tag, yes. Kannst du mal blocken für mich? Das wäre supi. Okay, don't need for that, don't need for that. Die ist echt super gestolpert. Okay, der ist raus. Ich würde sogar die hatch nehmen. Also, falls du irgendwie safe bist, würde ich die hatch nehmen. Die kommt übrigens gerade zum anderen Tor. Oh, du bist safe. Sehr schön. Geh raus. Geh raus. Just leave. Just leave. Go, go, go. Go, go, go. You douche-killer. Douche-erino. Douche-erino. Douche, 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 douche. Wie der mir nicht die Hetzke gönnt hat. Er hat sie mir einfach nicht gegönnt. Schäfer, du bist. So. 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 Vielen Dank.